Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Im Urlaub und doch daheim, so lautet der Leitspruch im Gästehaus Winkler, das inmitten des wunderschönen Bergsteigerdorfes Kreuth beim Tegernsee liegt. Hier können Sie in einer der fünf liebevoll ausgestatteten Ferienwohnungen oder in einem der besonders gemütlichen Gästezimmer nächtigen. Die Unterkünfte im bayerischen Stil begeistern vor allem mit ihrer naturbelassenen Holzeinrichtung. Digital-TV und kostenloses WLAN sind in allen Zimmern und Wohnungen selbstverständlich. Zum Frühstück verwöhnt man Sie mit Schmankerlen aus Bayern und bei Fragen steht man Ihnen stets freundlich mit Rat und Tat zur Seite. Ihr Auto können Sie kostenfrei direkt vor der Haustüre parken. Die Umgebung bietet sich für ausgiebige Wanderungen an und im Winter locken Langlaufläupen sowie zahlreiche Möglichkeiten zum Skifahren und Rodeln. Gästehaus Winkler – gelebte Gastfreundschaft und Wohlfühlatmosphäre pur, in ruhiger und dennoch zentraler Lage.